Beim Durchsuchen der lockeren Erde wird die abgetrennte Hand eines Orks gefunden. Die Hand hält eine aus Knochen geschnitzte Röhre umklammert und in der Röhre befindet sich ein fleckiges Pergament. Das Pergament ist in der Sprache der Orks verfasst und sieht wichtig aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was kann ich für euch tun? Habt ihr etwas zu berichten? Hm, mein Orkisch ist nicht sehr gut, aber dieses Schriftstück sieht aus wie ein Report, der von einem orkischen Spion geschrieben wurde. Was kann ich für euch tun? 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 Was kann ich für euch tun?